Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, weil du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Du bist besser! Das ist der Witz! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020